so ein wunderschön ja kleine background information ich hatte damals einen schnelldurchlauf von ultimate doom aufgenommen leider ist mir jetzt beim durchstürmen meiner let's plays aufgefallen ich habe damals gar nicht ultimate doom gespielt sondern die doom 2 maps danke dafür weil auch der schnelldurchlauf von hunter war natürlich nur zwei maps die gemerkt wurden dank auch dafür ja deswegen jetzt der eigentliche schnelldurchlauf von ultimate doom ich habe auch die alten ultimate bogen schnell durchlaufen klar wenn man hat er ist jetzt 2 hatte und 2 vanilla dinge sind geschehen nichts der trotz ist das jetzt erst mal irrelevant jetzt mache ich erst mal den original schnelldurchlauf von ultimate doom natürlich mit der aktuellen gz-version danke dafür und auch hoffentlich die aktuelle brudel-version nein ist immer noch release kinder 3 das ist natürlich schwachsinn wir nehmen die aktuelle version alles andere stimmt soweit ja 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 ok sollte soweit funktionieren ja jetzt erstmal komplett ultra violence und dann macht aber noch mal schnelles lauf schaffst du fangen wieder mit realisem tactical mode ja jedenweil mal gucken so ähm new game normal episode 1 und dann und dann give money back pack hab ich jetzt die sinken? oh ich hab gerade drauf gemacht 100... ... ich verstehe mal nicht warum sie ist immer nicht nachgeladen sind die ausgesammelt mann Alter, schreck mich doch nicht mehr. Manu. Gibt's noch einer? Was ist denn hier los? Das ist ja schon mal ein eher nicht so guter Starkler. Ah ja, man wird's überleben. Komm jetzt. Der hab ich jetzt nicht umgebracht, wo auch immer. So, erstmal, ähm. Und jetzt war das hier. Okay, machen wir das. Du, Ultimate, Roto-Gruh 21, Speed. Alter. Alter. Dass man hier bei Ultra Wild jetzt immer so oft draufschießen muss. der regelrecht die munitionsverschwendung was, ich habe keine minigun bekommen was ist denn hier los das ist schon Betrug so, gut, dann geht das auch nein also, das hat wirklich funktioniert das Speedrun auch direkt nachher aufstehen zu machen ist keine gute idee so oh 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 ja, das war gut ja, das war gut was war da noch oder, hallo? was tue ich denn hier? naja, wow okay danke dafür hätten wir das auch geklärt da, das war schon das war schon das war schon das war schon so Soh... Sooo... Oh Gott, ich habe einen Schraub. Komm jetzt her Ja, das war dumm So, dann kommt es her, dankeschön So, Raketenwerfer, keine Gruppe, auch klar, war natürlich kein Raketenwerfer, wow Ja, ich bin die Gange So Ich bin die Barsel, okay Ich bin die Barsel, okay natürlich nicht nach so dass sowieso sie getrennt wird aber ich bin ich will ja da war ja noch einmal so ist es da irgendwas was ich gebrauchen könnte wieder gut da ab dem blauen bereich speichern Aha, gefoltert. So. Oh, creo que... Wow, wow. Da sind wir da. Appenziert. Brauchen wir aber nicht. Oh. Fuck you. Trifft der mich auch noch? Nein. Nein. Nein, nein. Da. Was mache ich denn hier? Oh. 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 Dann geht er ab hier. Yay, endlich mal den Killinghäfer. Ich mach mal ein Spächer hier. Lappe. Mal wieder gehen. Wow! Soooom, blöck, blöck! ... 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 Na komm. Warum nicht? Oh. Hä? Hallo? Geht doch. Geht doch. Geht doch. So... Oh! Oh! Ich glaube, ich darf mal schön hängen, ey. Ich glaub's ja nicht. Klappe! Okay, komm mal mit rein. Oh, oh, oh. Ich schieße das wieder, aber ich nicht. Ich glaub das ja. Ah, jetzt erstmal wieder wakuum zu Züge aufgegangen ist. Auch ne schöne... Ach, es wird schon auch schön. So. Oh! 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 Ich hab doch keinen neuen Schlüssel. Ach ja! Ich schon wieder. Hier muss ich ja erstmal rein. Oh! 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 Was ist das? der teurer freund ist gestorben dankeschön mache ich mal wieder richtig hier schöne reihe nach da Soh... Soh... Gut... Jetzt kommt... Äh... Das ist echt vollkommen aus... Autsch... Das war so nicht geplant... Aber auch nicht weiter will... Hoffe ich zumindest... Soh... Ach, ist ja wieder offen... Wir können uns das was nehmen... Doch, ihr... Sehr schön... Gut... Da können wir 3, 4 leeren gehen... Autsch... Soh... 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 ... Was ist das hier? das geht Okay. Okay. So, wir haben die rote Karte, wir können jetzt hier hin, und mit der Karte wiederum kommen wir jetzt für den Blau So, wir haben die rote Karte, eins ist auf jeden Fall klar, in Belisimuts das kann sich natürlich wesentlich länger dauern, weil eben, dafür wird es nicht aufpassen Ich habe es schon ein bisschen länger, so, hallo ja geil okay dann ist das level auch so wieder so gut wie geschafft mit der waffe alle herkommen das habe ich natürlich nicht war klar Jaaa, die haben keine Repotiert. Ja, schon. Wow. Alter, aber das hier mit der Decke sieht schon echt geil aus. Mach mal was da, Leute. Geht doch. Ich frage jetzt, warum die alle her? Ist es denn jetzt hier neu verbuddelt, dass sie alle hier spawnen, oder? Sehr schön. Aki doki. Das war's dann mit dem Speedrun von Doom Ultimate Episode. Also bis zum Beispiel Doom 1 Episode 1. Doom Ultimate ist ja Doom 1 quasi bei den ersten drei Episoden. Ja, würde ich versorgen. In dem Sinne, schau mit V und es folgt dann demnächst, also dann für euch dann am nächsten Tag, äh, also morgen, äh, nochmal genau das gleiche allerdings mit Realism Tactical. Realism Tactical. Was natürlich denn entsprechend länger dauern wird, ganz klar, weil da kann ich nicht einfach so durchwaschen. Logisch, dann bin ich zwar auch etwas schneller unterwegs, fand ich so super taktisch, aber halt bei weitem nicht so schnell wie jetzt gerade. Heißt also, ich weiß nicht wie lange das jetzt gerade ging, kann aber ganz kurz reinschnuppern. Ähm, ja eine halbe Stunde haben wir jetzt gerade aufgenommen, äh, ja. Heißt also, bei dem anderen kann man durchaus mindestens eine Dreiviertelstunde bis eine ganze Stunde bevor anschlagen. In dem Sinne, Schau mit V. Auf um! Um! Auf um!